Musik Hier präsentieren wir die 5 besten Kinder Dressstühle Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. 6 Brustesigen Rollhocker Arbeit Schurke Hocke Bürostuhl Weiß. Wer auf der Suche nach einem besonderen und ungewöhnlichen Bürostuhl für Kinder ist, hat mit dem Drehstuhl von 6 Brust den Stuhl gefunden. Die Rückenlehne des Schreibtischstuhls ist nicht so hoch, so dass man diesen eher als Rollhocker bezeichnen könnte, so heißt es auch in der Artikelbeschreibung. Erhältlich in verschiedenen Farben lässt sich genau die Farbe finden, die hervorragend ins Kinderzimmer passt. Die maximale Belastung liegt bei 100 Kilogramm. Die Höhe des Stuhls lässt sich stufenlos verstellen, der Stahlfuss mit den 5 Rollen sorgt für einen guten Stand. Ein außergewöhnliches Modell, das vielleicht eher die etwas größeren Kinder begeistern wird. Nummer 4. Topstar 70570K40 Kinderdrehstuhl Scholl 3 Der Kinderdrehstuhl von Topstar wird euren Nachwuchs garantiert durch das coole Motiv beeindrucken. Erhältlich ist der Bürostuhl für Kinder in 4 verschiedenen Motiven und Farben, so dass auch Mädchen ihren Schreibtischstuhl finden können. Der Kinder- und Jugenddrehstuhl verfügt über eine höhenverstellbare Lordosenstütze, eine Rückenlehne mit synchroner Federwirkung, die in Höhe und Tiefe verstellbar ist. Die Herstellerangaben zur maximalen Belastung liegen bei 60 Kilogramm und geeignet ist dieser Schreibtischstuhl für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren, also von einer Größe von 1,19 bis 1,59 Metern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Topstar 70570BB10 High School Ein farbenfroher Kinderdrehstuhl, der sowohl für Jungen als auch Mädchen erhältlich ist. Der Kinderschreibtischstuhl hat eine hohe Rückenlehne, die mit einem zusätzlichen Polster ausgestattet ist. Der Pluspunkt dieses Kinderdrehstuhls liegt darin, dass die Rückenlehne mit einer integrierten höhenverstellbaren Wirbelsäulenstütze versehen ist. Die abgerundete Sitz vor der Kante lässt euren Nachwuchs bequem sitzen. Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne lassen sich in der Höhe und Tiefe verstellen. In der Produktbeschreibung des Herstellers sind neben der maximalen Nutzergröße und Belastbarkeit auch die maximale Nutzungsdauer angegeben. Diese Angabe bietet auch nicht jeder. Dieser Schreibtischstuhl sollte täglich nicht länger als 4 Stunden genutzt werden. Nummer 2. Sexbrust Bürostuhl Drehstuhl Schreibtischstuhl Grün H2408 F1408 Ein kostengünstiger Kinderschreibtischstuhl mit Armlehnen. In puncto Preis kann man gar nicht meckern und Abstriche gegenüber anderen Kinderdrehstühlen braucht ihr auch nicht zu machen. Erhältlich ist der Kinderschreibtischstuhl in 6 Farben. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus Netzstoff, die Sitzhöhe lässt sich stufenlos verstellen. Die maximale Belastbarkeit dieses Schreibtischstuhls liegt bei 100 Kilogramm, also mehr als die anderen. Ein guter Bürostuhl für Kinder, der in Preis und Leistung überzeugt. Und die Nummer 1 unserer Liste. HJ Office Kinderdrehstuhl Kedicti 2 Der Kinderdrehstuhl Kedicti 2 ist ein kostengünstiger Schreibtischstuhl, der für die Altersklasse von 8 bis 11 Jahre bestimmt ist. Die Höhe des Schreibtischstuhls ist stufenlos verstellbar, sodass euer Kind immer in der richtigen Entfernung zum Schreibtisch sitzt. Die Sitzfläche des Stuhls ist seitlich leicht angeschrägt. Kumpfarbene Einfassungen verleihen dem Drehstuhl ein schickes Gesicht. Auch die Rückenlehne ist ergonomisch geformt. Lastenabhängig gebremste Doppelrollen sorgen für die entsprechende Sicherheit beim Sitzen. Der Hersteller HJ steht für günstige, hochwertige Büromöbel und bietet in seinem Sortiment verschiedene Bürodrehstühle. Dieser Kinderdrehstuhl ist eine der günstigen Varianten innerhalb unseres Vergleichs. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.